So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und, mal davon abgesehen, dass die neue Season angekündigt wurde, zu der ich kein Video machen werde, weil mir das einfach immer zu unübersichtlich ist und zu kompliziert, weil davon abgesehen, dass ich gerade ein Video zu dem Super-C-Day im Dezember gemacht habe, der immer das Best-Of ist aus dem Jahr, aus dem laufenden Jahr, wo halt alles nochmal zusammenkommt, damit ihr dann eine Übersicht habt, haben wir jetzt noch ein Infovideo kurz zum Raid-Tag mit Hisui Admurai. Das ist das erste Ding in den neuen Season, was jetzt so ein bisschen heraussticht. Ich habe jetzt noch nicht die Dezember-Übersicht, also die gibt es schon, aber die war hässlich, deswegen warte ich, bis die nicht so ganz hässlich kommt, auf Deutsch, damit ihr nicht verwirrt seid. Wir haben wieder einen Raid-Day, den letzten Raid-Day, den wir hatten, der war ja mit Mega-Knack-Rack, mit Mega-Knack-Rack, das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen, also wir waren da unterwegs, sind spazieren gegangen, haben eine Stunde gestreamt, haben da sechs Raids gemacht im Stream, ich habe ein Ticket bekommen vom Heiko, damit ich nochmal acht zusätzliche Pässe habe, die habe ich dann in der Raid-Gruppe weitergemacht, fertig gemacht, habe dann ein Ausbeute-Video gemacht und gezeigt, was meine Ausbeute war. Das war schon irgendwie cool, das hat ein cooles Feeling gehabt, das hat Spaß gemacht. Jetzt aber kommt der nächste Raid-Day mit Hisui Admurai. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding wirklich krass und nützlich ist. Ich muss sowieso komplett umdenken in meinem Kopf mit dem Habanero-Account, Free-to-Play-Account und so weiter. Ich würde vielleicht eine Stunde gucken, dass ich den Raid-Day streamen kann. Und falls jemand mir ein Ticket kauft, was ich nicht hoffe, gibt nach dem Ende kein Geld, wäre ich entweder nach dem Stream fertig, weil ich meine sechs Pässe gemacht habe. Aber falls ich dann noch Pässe habe, das Ding ist ja eh nur ein Dreier-Raid, könnte ich den ja auch alleine so mit zwei Accounts easy legen oder mit einem Account easy legen oder diese acht zusätzlichen Pässe vielleicht nutzen für ganz andere Raids. Ich brauche nämlich Platin-Medaillen für den Level-Aufstieg und bin immer zu geizig, meinen täglichen Pass dafür auszugeben. Gerade jetzt, wo Terrakium drin war, wollte ich die lieber für Terrakium nehmen. Aber ich brauche mal irgendwann was, wo ich Pässe habe und die nutzen kann für sinnlose Raids. Ich habe gesehen, Klick ist momentan im Einer-Raid noch gewesen, den habe ich noch nicht bei mir drin. Im Pokédex könnte man mal einen Klick-Raid machen, dann zählt das auch zu dieser Trainer-Hoffnungs-Medaille, wo man 150 verschiedene Pokémon-Raiden muss. Und da gönne ich mit acht zusätzlichen Pässen natürlich acht andere Pokémon-Raiden als Admurai. Vielleicht ist nämlich in den sechs Raids schon ein Shiny drin. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn jemand mir wirklich das Ticket giftet und schenkt, würde der sich freuen, wenn ich das für Admurai ausgebe und dann meine 14 Admurai-Raids präsentiere, ob da was Gutes dabei war oder nicht. Es ist auf jeden Fall kompliziert, aber so ein Raid-Tag ist trotzdem immer wieder was Cooles, was Besonderes. Das ist ein Pokémon, das gab es bisher noch nicht. Es ist eine Hisui-Form. Das ist schon mal schön. Man findet das Ganze dann statt. Am Sonntag, dem 3. Dezember von 14 bis 17 Uhr. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt schon wieder bald. Das heißt, es ist diesen Sonntag. Jetzt bin ich Pupsi. Wir müssen diesen Sonntag eine Raid-Tour machen. Von 14 bis 15 Uhr. Vielleicht eine Stunde Streamen. Raid-Day. Also mal gucken, was ich dazu sage. Das ist auf jeden Fall schon wieder brutal. Raid-Tag mit Hisui Admurai. Habt ihr Bock? Event-Boni. Ihr erhaltet bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe zusätzlich, wenn ihr Fotoscheiben von Arenen dreht. Das besteht eine erhöhte Chance, schillernden Hisui Admurai zu begegnen. Das Fernraid-Limit wird von Sonntag, den 3. Dezember um 1 Uhr Metz bis Montag, den 4. Dezember um 4 Uhr Metz auf 20 erhöht. Hisui Admurai erscheint häufiger in Raid-Kämpfen. Was heißt häufiger? An Raid-Day war eigentlich immer so, dass an jeder Arena das sitzt. Drei Stunden lang, beziehungsweise später, eine Stunde lang und nach der Stunde direkt nochmal und nach der Stunde direkt nochmal, dass mit einer Arena du trotzdem drei Raids machen kannst, weil an deiner selben Arena jede Stunde das erscheint. Das muss ja jetzt auch so sein. Es gibt wieder ein Event-Ticket. Für 5 US-Dollar gibt es ein Ticket, wo es Boni gibt zum Raid-Day am 3. Dezember, die von 14 bis 22 Uhr gelten. Also der Raid-Day ist 14 bis 17 Uhr. Eure Boni gehen dann aber noch 5 Stunden länger. Ihr erhaltet 8 zusätzliche Raid-Pässe, also 14 an dem Tag. 50% mehr EP für Raid-Kämpfe. Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons. Doppelt so viel Staub für Raid-Kämpfe. Das war's. Das ist die ganze Info. Wenn natürlich jetzt Hisui Admurai in den Raid-Day bekommen, dann werden die anderen Hisui-Stader-Endentwicklungen-Dings ja sicherlich auch einbekommen. Und jedes Mal wird es sicherlich auch wieder ein Ticket dabei geben. Und ich glaube nicht, dass ich... Also ich werde jeden spielen, aber ich glaube nicht, dass ich für jeden ein 5-Dollar-Ticket kriege. Also ihr seid ja auch nicht reich und ich möchte das eigentlich auch gar nicht. Aber wenn ihr es macht, dann will ich das auch irgendwie nutzen. Das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Ob das cool ist oder nützlich, weiß ich nicht. Aber selbst wenn du den Tag spielst, 14 Raids machst und dann alle 14 Dinger wegschickst und nichts davon aufhebst und kein Shiny hast, hast du trotzdem aktiv, wir haben ja mal wieder einen Raid-Day gehabt, hast aktiv eine Raid-Tour gemacht, was du früher immer gemacht hast. Diese Raid-Touren von früher gibt dir keiner mehr zurück. Selbst der Dortmunder Raid-Boost kommt nicht mehr zurück. Für mich zumindest. War nicht mehr wie früher, war dann anders, aber trotzdem hatte man Spaß. Das könnte cool werden, deswegen ich bin gespannt. Das ist jetzt schon am Sonntag. Hisui Atmurai und vor allem als Shiny, wie der dann aussieht. Das wird also wahrscheinlich egal. Scheiß auf die Medaillen, scheiß auf alles, scheiß auf Level-Aufstiege. Es geht einfach nur um Spaß an dem Tag, eine coole Raid-Tour zu machen. Habt ihr Bock? Freut ihr euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt muss ich die Molli erstmal wieder abführen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.